Hi Leute, ich bin Bastian und mit mir werdet ihr alles rund um das Thema Trading erfahren. Ich bin selbstständiger Trader und seit mehreren Jahren in der Szene aktiv. Ihr wollt Chart-Analysen, Trading-Prognosen und natürlich auch Trading-News, dann seid ihr bei mir genau richtig. Let's go! So, hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier wieder einschaltest. Im Hintergrund siehst du es schon ganz gut. Ich bin auch auf Twitter unterwegs und auf Telegram. Auf Telegram bekommt ihr jeden Tag auch zusätzlich nochmal Infos. Die ganzen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Deshalb, wenn ihr da Bock drauf habt und noch mehr kostenlosen Content wollt, kommt da gerne rein und schaut euch das hier gerne an. Wie gesagt, bei Telegram ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr hier auch mit reinkommt, weil wir hier immer wieder wichtige Informationen für euch teilen. Wenn das Video halt schon online ist, kann ich nicht dann immer schnell ein Update-Video bringen. Deshalb, wenn es dann ein wichtiges Update gibt, wird das auf Telegram bekannt gegeben. Also, ich würde sagen, start mal rein in den Bitcoin-Preis. Und ja, wir haben gestern einen schönen, kleineren Pump erstmal gesehen. Dieser Pump war circa hier 3.500 Dollar groß. Ja, sogar jetzt dann auf gestern Nacht ist er auf 4.500 Dollar gestiegen. Also, das war schon ein ordentlicher Pump und knappe 13,8%. Hat auch damit zu tun, dass der S&P 500 dementsprechend gut nach oben gestiegen ist erstmal. Aber, ja, Bitcoin hat diesen etwas outperformed. Und zwar seht ihr das hier ganz gut, ja. Ich habe hier mal ein Bild gemacht an dieser Stelle. Und zwar seht ihr das hier wunderschön. Und zwar hier oben ist einmal der Bitcoin-Chart, ja, im 1-Minuten-Chart. Und hier unten hat er unser S&P 500 und der Nestle, ja. Also, wie sich das Ganze dann gestern bei Eröffnung der Marktphase sozusagen der Märkte hier verhalten hat. Und ich seht ihr ganz schön. Ja, das war jetzt hier gestern mal wieder ein Tag, wo sich Bitcoin wirklich einfach besser entwickelt hat an dieser Stelle. Und ihr seht ihr ganz schön, ja, wir sind hier bei Bitcoin eigentlich die ganze Zeit hier nach oben gestiegen auf dem 1-Minuten-Chart. Und beim Nasdaq und beim S&P 500 haben wir hier erstmal noch einen sehr, sehr starken Abverkauf gesehen. Aber Bitcoin ist hier relativ stabil geblieben und hat hier einen schönen Pump hingelegt, ja. Ja, also diese Schwankungen, was wir dann hier hatten und die größeren Abverkäufe hier an dieser Stelle, hatten wir jetzt hier bei dem heutigen Tag bei Bitcoin nicht gesehen. Normalerweise korreliert Bitcoin immer sehr, sehr stark. Das heißt, wir gehen hier nach unten. Bitcoin geht sehr, sehr stark nach unten. Wir gehen hier nochmal nach unten. Bitcoin geht auch nochmal sehr, sehr stark nach unten. Das haben wir in dieser Phase hier einfach im gestrigen Tag nicht gesehen. Also, sehr interessante Sache. Müssen wir heute auch mal im Auge behalten. Wenn das heute auch wieder so sein sollte, ja, dann wäre das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeigen erstmal für Bitcoin, dass hier zumindest die großen Big Player, sei es auch die Wale und so weiter, dementsprechend sich hier etwas entkoppeln von den traditionellen Märkten, ja. Aber, ja, man darf jetzt hier nicht sich zu früh freuen. Deshalb das unbedingt mal im Auge behalten, wie sich dann heute um 15.30 Uhr das Ganze hier wieder entwickelt. Also, gehen wir rein in den Chart und ihr seht hier ganz gut, ja, mein Kauflevel hier unten bei 33.000 US-Dollar wurde gestern perfekt abgeholt. Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere das Ding hier mitgenommen an dieser Stelle. Ich habe euch das ja gestern auch eingezeichnet und auch schon vor zwei Tagen in einem Video erwähnt, dass ich bei 33.000 US-Dollar nachkaufen werde. Das habe ich somit auch hier mitgetan. Und, ja, das war ein schöner Pump um die knappe 4.580 US-Dollar innerhalb von einem Tag. Jetzt bin ich hier noch knappe 2.912 Dollar im Plus. Also, sieht an dieser Stelle jetzt erstmal gut aus. Was mir halt auch sehr, sehr gut gefällt, ist zum einen, dass wir hier auf dem 4-Stunden-Chart wirklich eine sehr, sehr krasse V-Formation reingekriegt haben. Und somit auch diesen Abverkauf, den wir gestern hatten vor Beginn der Börsenöffnung, dass dieser komplett wieder abgebaut worden ist. Und das ist jetzt schon mal erst ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn wir uns das Ganze mal auf dem 1-Stunden-Chart anschauen, dann seht ihr hier folgendes, dass wir hier auf dem 1-Stunden-Chart auch diese schöne V-Formation hier reingekriegt haben an dieser Stelle. Ja, diese schöne V-Formation hier. Und wir halten uns im Moment jetzt hier wieder in dieser Konsolidierungsphase. Dennoch, ja, schaut euch hier mal an, oben bei 37.332 US-Dollar. Habe ich auch gestern im gestrigen Video gesagt, immer wenn wir jetzt hier auf diese wichtigen Widerstände kommen, kann man hier einen Short-Trade eröffnen. Was ist passiert? Ja, wir sind dann hier erstmal wieder rejected worden. Das wäre dann hier an dieser Stelle schon mal ein schöner Short-Trade gewesen um knappe 4,56%. Ja, das bedeutet, Bitcoin muss es jetzt einfach schaffen, über die wichtigen Widerstände hier drüber zu kommen. Und diese sind einfach im Moment hier die 37.332 US-Dollar und dann hier oben die 39.600 US-Dollar. Woher kommt das Ganze? Das kommt einmal von diesen Tiefs, die wir hier geformt hatten, von unserem Anstieg, den wir hier nochmal hatten im August. Ja, also wir hatten hier einmal dieses Tief und dann nochmal dieses Tief hier bei 39.600 US-Dollar. Ja, und das sind genau jetzt hier unsere Zonen. Ihr seht schon, ich habe den Chart auch sehr, sehr stark aufgeräumt, ja, weil im Moment macht es einfach keinen Sinn, auch irgendwie nach Chart-Pattern zu gehen. Man kann jetzt einfach nur sagen, bezeichnet euch diese wichtigen Widerstände und Support-Level einfach ein, ja. Und unser Support-Level hier unten ist nochmal unsere 34.027 US-Dollar. Also genau dieser WIG, den wir hier auch nochmal gesehen haben, das ist nochmal unser Support. Ja, und natürlich dann hier unten unsere 33.000 Dollar. Das heißt, diese Linie können wir hier an dieser Stelle schon mal grün machen. Des Weiteren wollte ich euch mal den 4-and-Greed-Index zeigen. Der 4-and-Greed-Index ist im Moment auf 12 Punkte. Also obwohl wir einen Pump nach oben gesehen haben, haben wir einen Punkt beim 4-and-Greed-Index verloren. Ja, also das muss uns auch erstmal bewusst sein und hier einem einer nachmachen an der Stelle. Aber ihr seht es hier ganz gut, ja. Wir sind weiterhin in diesem Bereich und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir noch mindestens einen Monat hier unten an dieser Zone uns aufhalten könnten. Ja, also das bedeutet für mich, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier irgendwie einen Mega-Pump nach oben sehen an der Stelle. Sondern ich gehe davon aus, dass wir hier in dieser Zone einfach nochmal ein bisschen bleiben. Vielleicht hier nochmal einen Widerstand antesten. Vielleicht sogar hier hoch auf 39.6 gehen, aber dann hier nochmal der Abverkauf kommt, ja. Das kann ich mir an der Stelle sehr, sehr gut vorstellen. Denn morgen, ganz wichtiger Termin, um 20 Uhr werden die Zahlen announced für die Fettsitzung. Da gibt es morgen bei mir einen ganz, ganz großen Livestream. Deshalb, wenn ihr da Bock drauf habt, markiert euch das gleich im Kalender. Morgen um 20 Uhr schauen wir uns live die Fettsitzung an und somit dann auch die Zinsen der Fettsitzung an. Ja, ich persönlich gehe davon aus, dass die Zinsen erstmal hier wieder gleich bleiben, also 0,25%. Der erste Schritt wird wahrscheinlich am 16.03. sein. Viele sagen, dass das Ganze jetzt hier dieses Thema auch schon eingepreist ist. Das kann natürlich sein, ja. Dass dieser ganze Abverkauf, den wir in den letzten Tagen gesehen haben, einfach mit der Fettsitzung zu tun hat. Auch mit der Spannung in der Ukraine und so weiter und so fort. Ja, also ihr wisst ja, im Moment spielt einfach die wirtschaftliche Lage sehr, sehr stark hier in den Bitcoin-Preis rein. Ja, deshalb ist es auch sehr irreführend, beziehungsweise nicht zielführend. Ja, zielführend ist der richtige Begriff dafür, dass wir hier irgendwelche Chart-Pattern uns hier einzeichnen. Ja, sondern wir gehen jetzt hier ganz normal nach Widerstände, Support-Zonen und damit fahren wir jetzt einfach sehr, sehr gut. Ja, ihr seht es hier unten 33.000 US-Dollar Support und hier oben erstmal Widerstand. Und im Moment, ja, traden wir in dieser Range. Mensch, wenn wir ein was nach oben durchbrechen, will ich einen schönen Retest sehen, dann kann man wie eine kleine Long-Position wagen bis zum nächsten Widerstand nach oben. Und genau das gleiche hier unten, wenn wir hier wieder runterkommen auf die 33.000 US-Dollar, kann man hier an der Stelle auch einen Long-Trade wagen. Und immer wenn wir hier Widerstand haben, geht man einfach Short, ja, macht einen kleinen Short auf und dann ist die Sache erledigt. Was man beachten könnte, wäre gegebenenfalls hier heute eine kleine Bull-Flag an der Stelle. Ja, da halte ich euch aber natürlich auf den Telegram-Channel und auf Twitter auf den Laufenden. Des Weiteren gibt es noch eine sehr interessante News und zwar sieht es hier, die Börsenaufsicht SEC lehnt auch den direkten Bitcoin-ITF von SkyBridge ab. Warum? Die SEC argumentiert dahingehend, dass die benötigte Regeländerung weder geeignet wäre, um betrügerisches Verhalten zu verhindern können, noch ausreichenden Schutz für Anleger und der Öffentlichkeit bietet. Also auch hier gab es wieder eine Klatsche von der SEC, ja, warum hier zum Beispiel der Nice Acker stützt sich in ihrem Antrag lediglich auf eine 10 Millionen US-Dollar schweren Beispielmarkt, um zu verdeutlichen, dass der Ankauf großer Mengen Bitcoin vernachlässigbare Auswirkungen auf den Markt haben. Ja, das bedeutet einfach, SEC möchte einfach den ETF mit einer sehr großen Börse abgesichert haben und nicht mit kleineren Börsen. Also da ist auch nochmal sehr, sehr Spannung im Moment hier dabei, weil ihr wisst ja, wenn ein Bitcoin-ITF, Spot-ITF, ja, gelauncht wird, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen, kurzfristig gesehen, für den Bitcoin-Preis. Des Weiteren, hier blöder Bitcoin, neue Krypto-Anleger haben nach Crash Wut im Bauch, das ist genau das Thema, viele Leute werden im Moment rausgespült, ja, deshalb fällt auch der Krypto-Fearing-Index weiter an der Stelle. Es werden sehr viele neue Leute, Investoren rausgespült aus dem Markt, ja, weil sie einfach so einen starken Drop noch gar nicht mitgenommen haben, ja, und noch gar nicht erlebt haben. Ja, und jetzt stellen sich halt schon wieder die Leute die Frage, ja, zum Beispiel hier, ich brauche dieses Geld in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht dringend, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um die zukünftige Entwicklung von Bitcoin. Kommt irgendwann der totale Crash, ja, geht es vielleicht auf 100, auf 200.000 Dollar, ja, verliere ich mein investiertes Geld, obwohl ich meine Freunde und Familie doch gewarnt haben, ja, das sind halt jetzt genau diese Themen, wo sich diese Leute einfach stellen. Ja, also da auch sehr interessant, deshalb diese ganzen neuen Investoren, ähm, sehen halt jetzt zum ersten Mal so einen größeren Crash an dieser Stelle. Ja, wenn wir dann noch weiter gehen Richtung Ethereum, schauen wir uns Ethereum an, auch hier habe ich den Chart sehr, sehr krass aufgeräumt für euch, ja, und zwar bei Ethereum schauen wir uns im Moment einfach drei wichtige Supportzonen an. Das ist zum einen hier unten die wichtigen 1726, dann die 2040 und hier nochmal die 2318. Wir sind hier gestern kurz runtergedippt hier drunter, ja, ihr seht es hier, hatten dann aber hier erstmal Support gesehen, sind dann hier drunter gefallen, hatten dann hier auch eine V-Formation, aber, und jetzt kommt wieder das Aber, ja, diese V-Formation ist nicht so stark, wie wir das hier bei Bitcoin gesehen haben. Ja, also hier, diese V-Formation ist nicht mal ansatzweise jetzt erstmal hier wieder oben zu diesem Punkt hier reingekommen und auf den kürzeren Timeframe ist das hier für Ethereum erstmal ein größerer Widerstand nochmal, diese 2536 Dollar. Das bedeutet, wenn diese zwei hoch, sie an dieser Stelle nicht rausgenommen werden, ja, gehe ich davon aus, dass wir hier uns erstmal wieder weiter aufhalten und sogar nochmal ein Absturz hier kommen könnte auf 2040 Uhr, das bedeutet, ja, auch wenn jetzt Bitcoin hier sehr, sehr prozentual gut gestiegen ist, machen es die Altcoins ihm nicht gleich, ja, das bedeutet, sie steigen nicht prozentual an dieser Stelle, wie sie davor immer abfallen. Also da auch nochmal ein sehr interessantes Level. Des Weiteren wollte ich euch auch nochmal eine wichtige Grafik hier zeigen und zwar, hatte ich vorher vergessen, und zwar nimmt die Anzahl auch der Bitcoin-Adressen auf den Börsen weiterhin ab, das heißt, die Leute senden keine Bitcoin auf die Börsen, um diese zu verkaufen, nein, sie ziehen eher Bitcoin von den Börsen nach unten auf ihre Wallet, was bedeutet das, die Leute kaufen nach, ja, dennoch sind wir halt hier leider noch nicht über dem Berg. Jetzt muss man hier auch bei Ethereum das Ganze beobachten, ich persönlich gehe davon aus, dass wir hier das Ganze nochmal antesten, die 2318 Uhr Dollar und spätestens hier muss dann eine Bounce erfolgen, dass wir hier einen schönen Pump nach oben sehen. Wenn wir uns die Bitcoin-Dominanz angucken, ja, wie ich das gestern euch auch erzählt habe, gehe ich davon aus, dass wir Richtung 43% gehen, genau das ist hier mit dieser Phase jetzt auch passiert, ja, wir sind hier kurz vor uns und 43% an dieser Stelle, wenn wir dann hier heute nochmal einen größeren Pump nach oben sehen, gehe ich auch davon aus, dass wir hier dann Richtung 43 Dollar, äh, 43 Dollar, Richtung 43% gehen. Und ihr seht einfach schon, ja, ihr seht einfach, dass im Moment die Altcoins sehr, sehr schlecht performen, ja, Bitcoin geht 3% nach unten, die Altcoins gehen teilweise 10 bis 12% nach unten, Bitcoin steigt um 3%, die Altcoins steigen aber dann nur um 1, 2%, ja, nur als Beispiel jetzt. Und das ist halt ein sehr gutes Zeichen erstmal für den Bitcoin, aber halt ein schlechtes Zeichen für die Altcoins, weil eine Altcoin Season ist halt somit jetzt erstmal vom Tisch, ja, und das habe ich euch auch immer wieder gesagt, eine Altcoin Season, Leute, ist jetzt hier einfach nicht. So, das soll es jetzt fürs heutige Video auch gewesen sein, jetzt ist es einfach ganz wichtig, ja, morgen die Fettentscheid, ja, die Fettsitzung, das ist ein ganz wichtiges Thema, da schauen wir auch einfach gemeinsam drauf und lasst euch jetzt nicht verunsichern, wir sind immer noch in einem Downtrend, lasst euch jetzt hier nicht rein vormonen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil egal, immer, wenn wir hier angestiegen sind, haben wir hier immer wieder einen Abverkauf von unseren Bären, ähm, in kürzester Zeit danach wieder gesehen, deshalb lasst euch hier jetzt nicht verunsichern, ja, lasst euch nicht rein vormonen, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wir sind immer noch in dem Downtrend und solange wir den Downtrend hier nicht nach oben hindurch brechen und zumindestens mal nicht wieder über 40.000 US-Dollar sind, sollte man hier ganz, ganz vorsichtig sein und einfach diese kleineren Trades von Widerstand zu Supportzone, von Supportzone zu Widerstand, die kann man natürlich mitnehmen, so wie ich es euch erklärt habe. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen, hat mich wirklich heute sehr, sehr gefreut und dann hören wir uns spätestens morgen zum Livestream, würde mich natürlich freuen, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und wenn du es noch nicht gemacht hast, schau auch mal gerne hier unten bei Femmex vorbei, äh, wenn du hier diese Themen einfach traden möchtest und mitnehmen möchtest, gibt es unten 4.100 Dollar Bonus, wenn du da Bock drauf hast, schau da gerne rein und registrier dich über meinen Link und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, hau rein bis dann, euer Basti, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.